Lucius Marcius Saint-Saënus war ein römischer Politiker und Senator in der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. Gaius Marcius Saint-Saënus war 160 v. Chr. Chorolischer Edel und ließ in dieser Funktion wahrscheinlich bei den Ludi-Romanidi-Heziora des Terens aufführen. Spätestens 152 v. Chr. erreichte er das Amt des Prätors. 149 v. Chr. wurde er schließlich an der Seite von Manius Manilius Konsul. Als Konsul kommandierte er während des Dritten Punischen Krieges die Flotte, während sein Amtskollege das Landherr befehligte. Vor Juticke gehörte er zu denen, die den Plan erdachten, die Karthager zunächst zu entwaffnen und dann zum Verlassen der Stadt zu zwingen. Doch die Karthager verteidigten ihre Stadt verzweifelt. Weder die Belagerung der Südseite noch mehrere kleinere Flottenoperationen im Sommer hatten Durchschlag in den Erfolg. Im Herbst kehrte Marcius nach Rom zurück, um dort die Wahlen abzuhalten. Zwei Jahre später, 147 v. Chr., wurde er zum Zensor gewählt. Einzelheiten über die Zensur sind nicht überliefert. Saint-Saënus war offenbar der griechischen Bildung gegenüber aufgeschlossen. Der gelehrte Kleitomachus widmete ihm eine seiner Schriften. Lachen Säpelle